Ihr Lieben, seid herzlich willkommen zu einem neuen Video. Komische Schwingungen aktuell wieder unterwegs in Sachen Seelenverbindungen. Ich möchte mir die Sache ein bisschen genauer angucken, schauen was da los ist, denn ich bekomme momentan sehr viel Traurigkeit mit. Traurigkeit, Trauer in Form von tiefer Sehnsucht. In manchen Fällen ist es sicherlich auch ein tiefer, dumpfer Schmerz, der sich hier zeigt. Schauen wir einfach nach. Oh Mann, wir bekommen hier gleich mal wieder die Opferkarte und die Neufokussierung. Also hier kann es wirklich sein, falls diese Energie von eurem Wunschpartner auf euch überschwingt, kann es hier wirklich sein, dass er oder sie sich hier gerade in einem Wandel befindet, in einem Transformationsprozess, der sicherlich erstmal auch ganz viel alten Mist hochholt, wo sich ganz viel alte Themen zeigen, alte Wunden vielleicht auch, die hier transformiert werden wollen. Wenn derjenige jetzt natürlich anfängt, damit zu arbeiten oder muss aktuell noch nicht heißen, dass er oder sie hier damit arbeitet, aber es kann sein, dass euer Schatz hier mit dieser Energie zu kämpfen hat, okay? Das überträgt sich natürlich eins zu eins wieder auf euch. Deswegen, ja, ich habe einige Nachrichten auch erhalten, okay? Wo man schreibt, so, was soll ich denn jetzt machen? Ich vermisse denjenigen so sehr. Jetzt haben wir schon so und so lange keinen Kontakt. Und was ist da los? Und könnte man da mal einen Blick drauf werfen und, 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 ja. Die Sache ist sehr, Lieben. Ihr habt, also meine Zuschauer teilen sich so ein bisschen auf in die Fraktion, die hier schon gut losgelassen hat, okay, sich gut neu orientiert schon und andere wiederum sind hier noch in diesem Festhalten drin, in diesem ich will noch nicht alleine weitergehen oder ich kann noch nicht alleine weitergehen, okay? Das ist Gedankenkarussell, läuft hier noch. Und für diejenigen, die hier noch festhalten, an euch möchte ich, möchte ich, oder euch möchte ich folgende Informationen mitgeben. Ihr seid da in euren Emotionen, eurem Wunschpartner gegenüber, okay? Ihr denkt an ihn oder an sie. Derjenige bekommt das natürlich alles mit. Ja, ich meine, ihr sendet diese Energie aus. Vielleicht träumt ihr von dieser Person, ja, wird es nachts oder den Tag träumen. Dann denkt ihr ständig, es kommen Erinnerungen. Ja, da haben wir das und das gemacht. Oder vielleicht besucht ihr Orte, wo ihr gemeinsam wart oder dergleichen. Oder ihr schaut euch Fotos an oder alte Nachrichten. Und diese Energie kommt natürlich oder überträgt sich auf euren Wunschpartner. Dieser wiederum spürt euch, kann es vielleicht nicht ganz zuordnen, aber spürt euch als einen gewissen Störfaktor. Störfaktor in dem Sinne, weil derjenige hat sich ja nicht grundlos von euch distanziert. Das heißt, wenn eure Energie wieder über diesen Wunschpartner drüber gestürmt wird von euch, dann fühlt derjenige sich gefangen, okay? Kann natürlich hier diese Fesseln, kann natürlich auch dafür stehen, ja? Dass es den Wunschpartner dann in seiner Befangenheit noch weiter von euch wegtreibt. Also das ist immer so eine Geschichte, ja? Deswegen sage ich immer, man muss hier voll und ganz loslassen können. Sonst zieht man den anderen immer wieder zu sich ran, also auf seine Seite, aber in Wirklichkeit stößt man ihn ab durch dieses Nähe-Distanz-Ding. Und da kann es natürlich sein, dass sich euer Wunschpartner hier jetzt durch diese Befangenheit irgendwo einen Weg raussucht, ja? Durch noch mehr Distanz zum Beispiel. Schwieriges Thema, schwieriges Thema. Ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung es hier geht, ob es jetzt tatsächlich dieser Prozess eures Wunschpartners ist, der hier mit alten Themen zu kämpfen hat, mit irgendwelchen Situationen, oder dass es wirklich euer Ding ist, hier einfach nicht wirklich loslassen zu können. Geduld und das fünfte Rad am Wagen, sage ich jetzt mal. Es kann sich hier um eine Dreikonstellation handeln, okay? Möchte ich nicht ausschließen. Entweder hast du noch einen Partner oder bist du noch in einer festen Beziehung oder eben dein Wunschpartner, ja? Kann auch einfach sein, dass diese zwei Karten hier sagen wollen, okay, wie soll ich das jetzt sagen, ohne dass du dich wieder in diese Warteschlange stellst? Hab Geduld, ja? Geduld, weil, göttliches Timing, aber nicht, ich stelle mich jetzt in die Ecke und warte, bis derjenige soweit ist. Nein, um Gottes Willen, bitte, bitte nicht. Tu es nicht, ja? Weil hier ist diese Nähe, ist hier aktuell einfach nicht gewünscht. Und je mehr man hier einen Menschen an sich ranziehen will, desto mehr distanziert derjenige sich von einem. Das ist eine ganz normale Reaktion, okay? Stellt euch vor, irgendeine Person ist unsterblich in euch verliebt, ja? Und ihr wollt nichts von dem, okay? Oder ihr könnt gerade nicht oder was auch immer. Je mehr dieser Mensch sich bemüht, euch nahe zu sein, desto mehr stößt ihr ihn ab, okay? Desto mehr geht ihr auf Distanz. Vielleicht werdet ihr sogar aggressiv oder sonst irgendwas, ja? Weil ihr demjenigen klar machen wollt, lass mich in Ruhe. Ihr dürft bitte so eine Situation nie nur von einer Seite betrachten, ja? Nicht nur eure Situation betrachten, sondern bitte macht hier, öffnet euch ein bisschen und schaut euch die Situation auch von der anderen Seite an. Wie würdet ihr euch verhalten, wenn ihr an seiner oder an ihrer Stelle ehrt? Wir haben die großen Träume, Stolz und Ego und Zyklen. Ja, der große Traum, mit diesem einen Menschen zusammen zu sein, ob der mich will oder mich drauf geschissen, aber ich will mit dieser Person zusammen sein, ja? Das ist ganz viel Ego-Thematik. Ganz, ganz viel Ego-Thematik. Und hier möchte gerne dieser Zyklus beendet werden, ja? Hier möchte die Seele Wachstum, okay? Und Wachstum heißt hier an dieser Stelle, über dein Ego hinauswachsen. Über dein Ego hinauswachsen und nicht mehr haben wollen, sondern eher sein wollen. Ich weiß, ich weiß, ihr Lieben, einigen von euch gefällt das nicht, was ich hier gerade von mir gebe, ja? Ich kann es dann leider nicht ändern, es tut mir sehr leid, aber das ist die Botschaft. Das ist die Botschaft und es ist, wie es ist. Und manchmal muss man auch mal Dinge hören, angetriggert werden, um hier eine Veränderung reinbringen zu können in sein Leben, ja? Weil wenn du immer wieder die gleiche Sache machst, immer wieder den gleichen Weg gehst, dann kann hier keine Veränderung eintreten. Erst wenn du neue Wege gehst oder andere Dinge tust oder Dinge anders tust, dann ist erst Veränderung gegeben. Wir haben es gerade gehabt von dem Thema, ja? Vibrations, die Schwingung, die hier zwischen euch hin und her gesendet wird, ja? Hier Soulmate, Communication. Wovon sprechen wir gerade, ja? Das ist es, das ist die energetische Kommunikation, die Schwingungen zwischen euch beiden. Das ist ein so feines, empfindliches Feld, ja? Ein Gedanke in diese Richtung, ein Gedanke Richtung Wunschpartner reicht schon, um ihn oder um sie damit zu attackieren, ja? Selbst wenn ihr hier nur liebevoll an diese Person denkt, dann kann das der Auslöser sein, dass diese Person an einer noch größeren Distanz zu euch arbeitet. Es kommt mir so vor, als würde hier dieser Loslassprozess nochmal ganz, ganz hart angetriggert werden, um hier den ein oder anderen wirklich nochmal dran zu erinnern. Lass deinen Wunschpartner los, okay? Und loslassen heißt hier nicht, du bist für mich gestorben, nein, wozu auch, bringt niemandem was, okay? Das heißt hier, das heißt hier lediglich, lass deine Ansicht über diese Wunschpartnerschaft los, lass deine inneren Konzepte, deine Gedankenmuster, deine Verhaltensmuster los, okay? Lass dieses, ich will diesen Menschen haben, los. Das ist hier, bei manchen von euch, findet hier das Leben nur im Außen statt, okay? Nur dieser Blick auf diese eine Person gerichtet, ja? Vielleicht beobachtet ihr denjenigen, vielleicht stalkt ihr ihn über Social Media oder vielleicht ist derjenige ja bei euch in der Nähe oder so, wo ihr gucken könnt. New Direction. Mach neue Sachen. Handhabe die Dinge anders, die Situation in deinem Leben, geh neue Wege. Ja, ich, ja, mein Kopf hat gerade ein ziemlich schlechtes Gewissen, ja, dass ich euch das hier so auf den Tisch knalle. Also diejenigen, die hier noch sehr, sehr stark am Hoffen sind, dass hier sich der Wunschpartner bald, sehr bald meldet oder sich öffnet für eure Liebe, ja? Alles, was ihr hier tun wollt, für diese Partnerschaft, das ist alles Manipulation und Manipulation hat meistens die gegenteiligen Auswirkungen, okay? Das heißt, je mehr ihr an dieser Beziehung arbeitet, desto mehr geht euer Wunschpartner auf Distanz und desto mehr stößt er oder sie euch ab. Und wenn ihr euch da rein fühlt in diese Situation, dann verwette ich meinen Hintern. Ihr gebt mir alle recht. Also alle, die aktuell noch daran zweifeln und sagen so, was für ein Scheiß die Alte heute wieder labert, ja? Nee, ist kein Scheiß, spürt euch bitte rein. Das sind Aussagen, die eure Seele euch schon seit einer geraumen Zeit zuflüstert. Und dann würde ich mal gucken, warum, warum spüre ich denn so diese starke Sehnsucht? Warum ist diese Anziehung gerade wieder so groß? Weil hier Themen von dir, von dir selbst, deine Themen noch nicht abgearbeitet sind. Weil hier einfach noch was sitzt und ja, ich habe es schon ganz oft gesagt. Diese Themen kommen immer und immer wieder, bis sie bearbeitet sind. Warum? Weil ihr euch anscheinend dieses Thema zur Aufgabe gemacht habt, hier in diesem Leben zu lösen, eventuell. Was möchte die Seelenbotschaft dir mitteilen? Lausche dem ewigen Lied deiner Seele. Spüre sie und lerne ihr zu vertrauen. Genau darüber haben wir gerade gesprochen. Deine Seele hat dir schon lange zugeflüstert. Komm schon, kümmere dich um dich, schau auf dich. Lebe, lebe dein Leben. Lebe nicht dafür, irgendwas zu tun, um mit deinem Schatz zusammenzukommen, sondern lebe für dich, lebe dein Leben. Sei glücklich. Hier, unterm Deck. Die absolut geilste Karte aktuell. Habe den Mut, frei zu sein. Und wisse, Freiheit fängt dort an, wo das Wollen aufhört. Diese Freiheit ist hier nicht gegeben. Du legst dich selbst in Ketten, solange bis du diese Person losgelassen hast. Diesen Menschen, von dem du überzeugt bist, ihn so sehr zu lieben. Hier ist eine Veränderung notwendig und die Veränderung liegt in deiner Hand. Okay, das kannst nur, diesen Weg kannst nur du beschreiten. Diese Türe kannst nur du durchschreiten. Also, wie gesagt, spür dich bitte rein. Lass dir das durch den Kopf gehen und schau, was es mit dir macht. Okay, und wenn du jetzt wütend bist oder ein bisschen auf Agro bist, hier mir gegenüber, bei dem Kanal, bei den Videos, keine Ahnung, dann gut. Dann herzlichen Glückwunsch. Dann heißt es, wir haben hier ins Schwarze getroffen bei dir, okay? Und du hast jetzt die Möglichkeit, damit zu arbeiten. Ich habe euch lieb. Bis zum nächsten Mal.